Das ist Beate. Ein herkömmlicher Packer, den wir so umgerüstet haben, dass dieser ein richtiges Loch vollautomatisch ausheben kann. Das bedeutet, dass nur durch die Übergabe von Größe und Position die Maschine die Arbeit ohne menschliches Zutun erledigt. Dazu muss der Packer um einige Komponenten erweitert werden. Die Sensorik misst die Länge der Hydraulikzylinder. Dadurch kann die genaue Position des gesamten Arms ermittelt werden. Im Inneren der Maschine sind Magnetventile verbaut, wodurch die Hydraulikzylinder angesteuert werden. Auf diesem Bildschirm hier werden mittels GPS die Eckpunkte des auszukramenden Aushubs eingegeben. Die Software berechnet dann die nötigen Baggerbewegung, damit dieser autonom kramen kann. Hier sehen wir das Herzstück unseres Systems, die Elektronik und die Steuerung. Die Steuerung ist ein Computer, der auf extrem hohe Rechenleistungen ausgelegt ist. Hier werden alle Daten verarbeitet und anschließend die Fahrbefehle an den Bagger gesendet. Der wichtigste Punkt unseres Systems ist, dass es modular aufgebaut ist. Dadurch wird die Umrüstung eines jeglichen Packers, egal welcher Marke oder Größe, in kurzer Zeit möglich. Wir wollen mit SODEX Software mit Tiefgang einen ersten Meilenstein in Richtung Baustelle 4.0 setzen.